Vorlage, Infobox Ort in Dänemark Wartung Fläche fehlt Vorlage, Infobox Ort in Dänemark Wartung Höhe fehlt Vorlage, Infobox Ort in Dänemark Wartung Bild fehlt Tischtrupp ist ein Ort auf der dänischen Insel Seeland. Er gehört zur Gemeinde Faxe in der Region Sjalland und zählt 220 Einwohner, Stand 1. Januar 2017. Tischtrupp liegt 5 Kilometer westlich von Hasleff und 18 Kilometer nördlich von Naustved.